Servus, Willkommen bei einer guten YouTube-Runde in der 22er-Mann-Kanal. Wie immer hoffe ich, es geht allen gut. Heute gucken wir heute, dass wir ein bisschen Geld machen bzw. die Bilder das am besten machen. Ich denke mal, wir müssen vielleicht noch eine Möbelfabrik bauen und ob das Geld reicht, müssen wir mal gucken. Ansonsten, Familie und Rheinland-Pumpen. Okay, dann reiten wir mal los. So, das ist jetzt geradeaus. Jetzt gucken wir mal, wer es untergeht. So, was wir so im Moment verkauft haben. Gefallen, verbrauchte Witter, sehr sonnendlich. Dabei kann ich mir nicht ganz wohlstehen, ob das russisch ist. Mit dem ein bisschen. Wie macht es den ganzen Tag? Wir haben einen Tag. Wir haben einen Tag. Wir haben einen Tag. Wir haben einen Tag. Es ist wirklich erstmal gut, was es ist. Wir sind am Abend in der Nacht. Aber wir sind am Abend in der Nacht. Das macht ja nix. 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 Wenn das ist, wird es gut genug. Das macht ja nix. Das macht ja nix. Das macht ja nix. Abonnieren deine Hände. Ich bin da unten im Dönes. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin mir so gut gegangen, bin ich mir so gut gegangen. He's up! So. Ich mache den, der, 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 der ist, das. So. Ich denke mal, dass wir, wenn wir abgeholzt haben, nur noch ein kleines Lustverhalt machen, dann werden diese kleinen Pappeln, oder die großen Bäume, die in der Reihung liegen. Ach Gott, wir müssen doch eigentlich noch andere Roboter laufen. Okay, dann machen wir was anderes. Dann machen wir was anderes. Dann suchen wir mal, dass wir bei mir runter. Und dann schauen wir mal, ob man ungefähr 50 dann auch brav aufgeht. Und wenn wir dann fertig sind, gehen wir mit der Friese rüber. Und wenn wir alles dort weghexeln. Dann gehen wir mit der Friese rüber. Ich bin das Zeichen. Wir sind das Zeichen. Wir sind das Zeichen. Wir sind das Zeichen. Gumm Gumm Vielen Dank. 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 Okay. 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 Bis zum nächsten Mal. Nein, ich bleibe, ich bleibe, ich bleibe. Vielen Dank. 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 Okay. Wow. 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 Das war's für heute. Hey, wir haben den Mümmel ausregen und gucken, wo er hängt. Wenn es wieder immer so gut war. Das war's für heute. Das war's für heute. Guck mal, ob wir das eingehen. Ja, das war's für heute. 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 das Tier, was er gerade drauf hat, ist er immer noch relativ fix. Wir müssen erst einen besseren Zugang finden. Dann müssen wir wieder jedes Mal einen Kaffee ausmachen. Dann müssen wir noch einen Kaffee ausmachen. Dann müssen wir noch einen Kaffee ausmachen. Wenn wir jetzt an die Auge haben, dann müssen wir noch einen Kaffee ausmachen. Dann müssen wir noch einen Kaffee ausmachen. Ich möchte nicht mehr so einen Kaffee ausmachen, sondern es ist ein Kaffee ausmachen. Wir haben jetzt noch ein wenig. Ich habe die Lieder eingefallen. Ich habe die Lieder eingefallen. Ich habe die Lieder eingefallen. und was die Lieder eingefallen. Und, zweit. Sch бизнес ist es, in der Erheilung für Ihreowitze andere, dass Sie einen glödanganlen varying. Untertitelung des ZDF, 2020 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 das um uns nicht annehmen, ja, weg. Das war's. Ich versuche jetzt mal eine kleine Runde, um die zwei Blöden zu praktisch abzuhängen, dass wir sie dann auch mit dem Bau einfach einfangen können und sie holen. This thing is mine. So. Ich komme direkt in der Wasser Party. Ich versuche hier eine Paprik. Ja. 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 So, dann habe ich mir mal an, dass ich jetzt klebt. Ja, das war mir mal wieder. So. Wir haben aber so eine Drainerei, äh, Sushi ist nicht, wir sind ja beide Drainereis, wir haben, ähm, Na ja, rüben bei müssen wir wieder mal gucken. Das ist die Brennerei. Molkerei. Möbel verbringt dann auch die Wolken. So, alle machen einen kurzen Blick. Nein, die kaufen wir in der nächsten Runde. Das ist besser. Jetzt muss ich sagen, wirklich kaufen wir in der nächsten Runde. Bis dahin bleibt gesund. Pass auf und auf. Ciao.